So, hallo und willkommen zurück zu, äh, jetzt geht's auf Flora Sky. Ähm, ola. Ja, ciao, komm, noch ein Dick. Ähm, hihihi. Ha, wer hat, wer ruft an? Ja, ich ist schön, YOLO-la. YOLO, ja, genau. YOLO, du hattest den Kampf gestern und er hast, äh, hast den gewonnen. Und er war fantastisch, ja, das ist ja toll für dich. Ähm, ähm, so, ich für meinen Teil hab mir hier jetzt ne Dose Energy hingestellt. Ähm, hab mir hier gerade vier Kicks verlegt. Und die müssen jetzt gleich. Zumindest für diese Aufnahme. Also für die, die wir nicht. Und, äh, ich hab nur noch einen Kick. Also, ich esse jetzt einfach mal so nebenbei, ich nehme mir das jetzt nach raus. Weil, äh, es passiert hier gerade so, dass es jetzt auch, äh, auch spannendes, auch spannendes Level und was. Äh, weshalb ich das jetzt einfach mal auch so mache. Und jetzt kann man eben, weil man nicht mehr zählen kann. So, ich denke, wie weit erst brown warstта haben. What you DO? Ich denke, auch rein. Ich bin noch von dem, ich bin noch Daha. Ich kann mal aus, aber auch schon ein inverken. So. Genau. Typisch. Chou. Nichts? Ja, da haben wir noch einen Zuhörer, da haben wir noch einen Schloppebombe, äh, das tut man immer so manchmal, oh, ja, ja, ich hätte das verdaut, so ein Oreo, ach, wo war Oreo, da fällt mir was ein, ähm, da habe ich letztes Bild gesehen, das ist ja, äh, hier der neue Trend, mhm, die sogenannten Tunnels, also, äh, Rohrlöcher, so groß, ne, worüber gibt's hier, äh, vergleichbar, äh, was halten wir davon? Ja, also ist meine Erde schon mal, äh, es kommt auch an, wie der Typ, also, wie der Mensch ist, also, es passt nicht zu jedem, das wär jetzt genauso wie, ähm, wenn ich hier den totalen Scheitel, äh, Scheitel, Seil, Seil, Zweck hätte, weil dann wär ich trotzdem kein Hipster, was? Nein, aber das ist jetzt genauso wie wenn man sich... Ich kann doch keine Vergleiche bringen. Ich will nicht auf die Uhrzeit. Das könnt ihr mir nicht antun. Das tut der ja auch nicht. Da tue ich mir ja selbst an. Und... Ja, wir haben es vielleicht geschafft. Guck mal ganz schnell das Thema zu wechseln. Wir haben halt unser Pampferno. Was auch, dann holen sie sich mal eine schöne Attacke... Ah, beid, hat schon eine schöne Attacke... Boah! Hat schon eine schöne Attacke, alle. Ja! Schütten sich halt zweimal, jetzt auch ein drittes Mal. Ne, stimmt. Äh, nach jedem Detekt wird ja die Chance auf ein weiteres... ...50% werden. Ich weiß auch, kann ich mich lassen. Das ist schütz. Patpatpatpatpatpatpatpatpatpatpatpatpatpat Tubepatpatpatpat. Das gib mir ja ja, das ist glatt... Das war Dusselgur. Das weiß ich nicht. Patem tac war... Nagellottes Wenn ich mich recht entsehe Äh, ja mittlerweile sind ja hier die neuen Editionen Dort rauskriegt Gipsel dann Äh, was bringen sie wohl als nächstes Zeit Das ist eine Zusammenfassung von dem Nächsten Hm Ähm Feuertanz? Äh Nein, nein, stopp! Nein, nein, Moment Wollen wir haben Oder? Wollen wir? Woll? Woll, wohl, 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 ja, egal Ähm Jo, ist denn wirklich so Und die Karte ist so gut, also beziehungsweise Das Aussehen ist so komisch von nem Player Äh, wenn da am Digitieren Ja, Digitieren Entwickeln ist, äh, wenns Nacht ist Das sieht so komisch aus Aber da haben wir jetzt unser Paterno Ja Oh, da wissen wir doch jetzt was mitmachen Ähm Das gilt schon, das wie Ähm Das will ich jetzt auch testen, wie der aus Ich auswirkt, der Nahkampf Weil der ist ja erst mit Doch, der Kampf erst in Generation 4 hinzu Äh Keine Ahnung, was heißt Nahkampf? Äh, I don't know Ähm Hast du irgendwelchen Negativ hier? Äh Vorbei Das ist quasi Risiko Tackle Und das ist ein Low Recoil Äh, von 10% wenn ich das nicht gesehen habe Das geht eigentlich War bei 10 mal und dann ist es tot War das nicht zufälligerweise auch 10 AP? Oh, wer hätte es gesagt, der hat er es Äh Äh, ich hab's noch nicht gesehen, aber Äh Äh Apropos sicher Wann entwickelte sich hier unser Tocodoc? Wie heißt das eigentlich? Ich weiß, dass das Wie zu dem das wird Travigator ist Wie war dat? Äh, ja, Staravia Ist jetzt nicht so Das Ding Äh Quicker Keifel Quickel-Entwicklung-Kaifel Äh, Entwicklung von Kaifel-Mammothel Frag mich nicht, wie ich jetzt gerade draufkomme, aber das ist mir gerade eingefallen Äh Wieso ist das letztlich I don't mind Äh, haben wir jetzt einfach mal gekonnt, übersprungen Achso, ich habe die anderen Camper auch mal nicht vorgelegt Oh my god Äh, äh, ja, wir finden unser Blick hier Ja, unseren Aufenthaltskanal Krabbeln wir den Aufenthaltskonemik, oh Schweiche ich nicht Sind ja nicht bei der Auslanderbehörde, hä, was? Äh Ja, und, Entschuldigung für das ganze Skippen jetzt hier, aber ich will hier was erreichen, weil, äh, ich hab jetzt so lange hier Euch Gruppen gehocken lassen Äh, wo einfach gar nichts dran ist, jetzt will ich den Weg nicht mehr hängen Boah, hat das doch so gut geklappt? Gibt's doch nicht Hä, hä? Hä? Ich glaube ich hab's komplett verkacken Ich glaube ich hab's komplett verkacken Und das reicht, ich muss jetzt mal gucken, ob ich das nicht Moment Äh, da muss ich noch ganz 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 kurz kurz aufmachen Hab jetzt einmal weiter, äh, laufen lassen das Spiel Äh, wir waren gerade letztes Mal Ich weiß nicht, warum ich das nicht gerabt habe. Ja, die Arena ist so kalt. Äh, nimmst du Pumpernuss, äh, was? Du willst nur um Pumpernuss? Ja, dann mach dir mal das Warn mit. Ja, das ist Norbert, hallo Norbert. Ähm, Angewohnheit, wir haben schon 10 Stunden und, nein, haben wir nicht. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, hä, ich hab doch nicht so viel aufgenommen, wie soll ich da kaum so vorspulen, ist das ja so eine hohe Zeit. Äh, ja, hallo, ich bin Price, der Arena ist hier. Ähm, Borte sind nicht notwendig, ein Kampf ist das, was wir jetzt so kommuniziert wollen. Und deswegen, lass uns mal anfangen. Joa, fang mal. Joa, fang mal. Joa, fang mal. Untertitelung des ZDF, 2020